Nächste Matrasch. Ja, ok, ich denke, dass alles nur in Ordnung ist. Alles egal ist, aber... Der muss einfach mal sein, dass er strafe. Gibt's hier so welche Server, da kann man das auch gerne verkaufen? Also ich glaube... Ich hätte echt viel Kohle, ja. Ich würde preisbezukommen, aber gar nicht mal so niedrig. Ja, ich weiß, es sind noch Sachen da, die noch nicht so sind, aber egal, das wird sowas mit Scheiße egal, weil... Einfach alles ablernen, ja. Ich bin jetzt zwei oder so nicht richtig, bei diesen sind auch egal. Ich weiß nicht, wenn ich ganz wichtig ist, dass ich alles kriege. Und da, hier haben wir jetzt einen Samen. Meine liebe Freunde mit sechs Samen können wir echt weiter müssen. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie kommt denn die Samen rein? Das ist mal immer so. Ich bin jetzt so bald. Hm. Soll ich mal ein paar Zäune mitnehmen, und noch ein Schild. Soll ich mal was nachgucken. Ich mach mir erstmal Schuhe. Von Zalando natürlich. Ja, die bestelle ich jetzt gerade bei Zalando und dann kommt die jetzt. Boah, sieht mein neunster Landesschuh nicht todschick aus? Geil aus. Das war's auch wieder. Nein, Spaß. Ich zocke noch ein bisschen weiter. Ich hab' jetzt nicht kaputt. Nein. Warum denn auch? Mann, ich geh da hoch, ey. Hallo. Hallo. Oh, hey. Und hoff. Und. Und hoff. Und hoff. Und hoff. Und. Das. 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 What could ich ja eigentlich mal? Ich glaube es ist ein Unfall. Es ist ein Unfall. Es ist ein Unfall. Ja, okay. So. Ja, ich habe meine Knochen gekleckt. Ich will ihn nicht bauen. So, können wir jetzt pinnen. Okay. Nix. Was geht? Nix. Nix, 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 nix. Meine Frise. Geht doch. Ich hole den. Nicht. Ich hole den. Oh. 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 So. Oh. Voll durchatmen. Oh. Oh. Alles in meinem Ohren Kaffee. Ja. Ich habe mich jetzt mal ganz ehrlich sein sollen. Ich verstehe, was die meisten so an einem Kaffee finden. Oh. Na ja. Böse hier denken, wenn ich ja keinen Kaffee trinke. Ich hasse Kaffee. Ganz schön wenig eigentlich, ja. Aber. Es reicht nicht vollkommen. Boah. Untertitelung. Das ist alles in einem Kaffee. Wenn ich den Kaffee trinke. Das ist ein Bain. In einem Aang. Und das. ... 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 Alter, soo. Wieso hub's auch gar nicht weg? Das ist verarschen oder was? Was du denn an der Fristen oder was? Lukasner kann das sein. Oder Lukasner. Das sind vier große glaube ich. Okay, ich tüte dich noch. Was? Und die hatte ich auch noch. Deswegen kleine. Ich will die kleine noch nicht treffen. Boah, es ist eh, es gibt mir auch diese Affizier. Bam, Alter, so. Es laufen hier. Noch eine. Ja, Opfer. So. 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 So, warte mal ganz kurz, mein Freund. Ich muss mal eben was gucken. Bis gleich. So, wir werden da. Werkzeuge, huah. Haben wir noch genug. Schön. 8 habe ich jetzt. Gesamt 8 oder? Ja, gesamt habe ich gesagt. Ja, da können wir uns ja mal, ne? Ach, könnten wir uns... ...einen Helm, eine Hose oder einen Buspanzer machen. Oder einen Helm und Stiefel, aber Stiefel, das wäre irgendwie unnötig. Ich würde sagen, ein Buspanzer. Das passt aber ganz genau. Da, haare nicht. Haare nicht. Hey du, haare nicht. War das nicht auch irgendwie so? Oder so? Wegen machen wir, musst du. Ich hab das bisschen so aufstehen. Hm. Ach ja, genau. Ja, natürlich, das kann man einfach auch durchzocken. Ich weiß nicht, was ich persönlich unnötig finde. Ich hab's ja auch durchgezogen und ich fand das irgendwie unnötig. Naja. Ja. Ganz ehrlich, ich finde, so sehen die eigentlich aus. Wie einer von American Football oder so. Na. Gucken, der es jetzt nicht so findet, dann finden die es halt nicht so. Ich muss mal rindern. Ich muss mal rindern. Vielleicht mal überlegen. Mal lieben Freunde. Da gibt's frickende Holje. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt mache als nächstes. Ich hab schon eine Idee, aber... Ich verstehe. Und drei davon. Jetzt... Rindern wie und Rindern wie. So. Jetzt... Und ich muss eben nachgucken, wie das immer ging. Und kann jeder Rüstung sogar färben. Sehe ich gerade. Wie geht denn das? Rüstungspunkte, Haltbarkeit, Crafting, Modellrüstung. Wie schafft man das denn? Ich kann mit allen... Okay. Gefärbt werden. Oho... Wie mach ich das? Zuerst muss ich noch eine Farbe. Das krieg ich ja gar nicht so einfach, stimmt. Rosenrot. Ich spack mein Internet schon ab, ja supi. Und das war ne schöne Aufnahme drin, ja toll, toll, toll. Achso, ok, gut. Gut. Schön, das wär zugemacht. So jetzt aber, so. Und ihr seid ja mal live dabei, weil ich das nachher noch irgendwie herkomme. Hey, du musst gar nicht greener sein, du verarschst ja, ey. Ich putz mal so, ne? Und nein, das war ich nicht. Ich bin nach unten und hab jetzt ne neue Idee, ich krieg eine neue Truhe. Und zwar Blumen und Rosen. Und Rosen ist da was. Blöden sein Geld. Ich hasse Geld. Ich probier's erstmal jetzt mit einer. Schon mal rot, das müsste ich ja irgendwie das noch werben können. Ich hab mir keine Ahnung, wie. Ob das überhaupt geht. Ja, was haben wir denn da? So und so und dann. Hä? Klappt irgendwie nicht. Ah ja, was soll's. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert, wenn ich das noch nicht so mache. Ich hab's probiert. langsam fühlen sich die touren persönlich du hast eine farbe Ja, diese können wir ja nach unten bringen können, aber na gut. Schmeiß doch jetzt für die auch, hier, so Sitzlinge. Mann, hab ich mich jetzt erschrocken. Meine Fresse. Gut, dann. Mach ja auch nochmal statt, guck mal, wer mir geschrieben hat. Und dann sagen, bis gleich. So. Ähm. Ja, war da ein Kollege von mir. Mann, 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 was für eine Mongo. Jetzt hab ich voll den Faden verloren. Och, ne, warte mal. Was haben wir denn gerade versucht zu färben? Färben ging ja nicht, ne? Orange auf Farbstoff. Können wir auch, wenn wir das hinkriegen, ne? Das müsste ja eigentlich, ich hab jetzt nicht nachgeguckt, wie das geht, aber eigentlich müsste es ja so gehen, dass man hier die Farbe nimmt. Schau mal jetzt rein davon. Ja. Ich verstehe das immer unter 1, das brauche ich immer so. Was dann hier hinklitscht und was dann hier hinklitscht, ne? Ja. So. Und wenn ich jetzt das hier mache, geht das dann auch? Ne, das geht nicht. Gut. Ja, aber manche geht das nicht, dass du das dann wieder 1, was ein Craft wurde. Und dann kommen die Sachen wieder, so wie du da drin kannst, sozusagen. Wieder rückgängig waren kannst, das für das Wort. Hallo. Bei mir habe ich irgendwas Wichtiges vor, dass ich in die Höhle gehen will. Oh, schlafen wir nicht schlecht, ne? Ja. Wie bei der Weise kann man manchmal von alleine schlafen. Wenn ich auch stehe, was ich bereit bin. ach du scheiße aber ich muss die creeper erledigen weil ich ja das tnt noch brauche und darüber wie das verhandeln ganz kurz ich bin ein pfeiler gemacht so einfach den pfeiler das ist aber nicht gedacht dass ich so einfach gehen da brauchst du eisen für oder so also nicht den scheiß jetzt ist schon mal lustig und gut so aber nein so irgendwie anders vorgestellt nein Waffen, 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 Waffen. Die überrore ich einmal. Neun hab ich noch davon. Ich weiß nicht wie... Jetzt kann ich eigentlich auch noch... Ja, so... Jo, passt schon. Die haben wir nicht einschrauben. Trotzdem nicht mal eben nachgucken, wenn das... Ah, das war witziger. So, dann sehen wir uns gleich wieder. So, gelesen, geantwortet, weiter geht's meine Freunde. Moin, liebe Freunde. Ja, ich weiß, es ist eigentlich irgendwie unnötig. Ah, ich mach das mal an der Walkbench, wenn ich nämlich eine mitnehmen wollte. Und eines ist immer noch da unten, damit ich dann nämlich immer nicht runterlaufen muss, weil das irgendwie wollte ich nicht mehr. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich das Ding nämlich sogar oben hab ich vollidiot. Nehm ich die hier, genau. Den ich tollerweise die ja machen kann. Die Pfeile. Was ich ja vorher nicht wusste. Tollerweise. Naja. Nein. Ja, das wird auf meinem Magen. Ähm... Ich will aber mal die... Was ist das denn so? Oder... So. Ja. So. Das sind gerade neue Ideen. Zack. Gib ich ja hier an. Einschildieren. Und hier kommt es nämlich alles für Buche. Also sprich Blätter oder andere Sachen. So. Blätter. Ey. Korva. Ey. Staravich Mischki. Blätter. Bücher. Neh. Mal gucken wer das andere heißt. Ähm. Buch mit Feder. geschriebenes buch gibt es ein geschriebenes buch gibt es in diesem buch kann man maximal fünf seiten etwas schreiben wie geil es ist eigentlich gar nicht mal wirklich das ist wirklich geil finde ich jetzt ganz ehrlich da wie heißt noch mal Bücherregal so heißt es witzig das Bücherregal alles hingeplackt und noch mal das so 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 und hier ist mehr Ich habe jetzt meine Workbench noch ausgezeichnet bis jetzt, 1, 2, 1, zack, 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 und Bücher wieder. Ja, das ist schön, die ich verteilt habe. So, mache ich einfach mal hier so die Bücher hin. Und das ist voll so witzig. So. Nice, ja. Geschriebenes Buch ist echt geil und ein Witz jetzt. Warum mein ich mal vorüberwärtig? Ja, ich habe ja lange keine Macht, habe mir gezockt, weißt du? Und deswegen, weil das Sofa sowas für eine Deckung ist ja auch mal wieder nice, ja. Ein Bogen habe ich wahrscheinlich nicht dabei. Ach, ganz intelligent gemacht. Ich könnte jetzt auch mal kotzen oder so, deswegen. Nee, es ist irgendwie nicht so. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Ja.